Ja? Ist der Flötzinger noch da? Guten Abend. Warum soll denn der Flötzinger ausgerechnet hier sein, mitten in der Nacht? Schau mal. Flötzinger, ich bin's. Scheiße, Franz, die sind doch nicht noch da. Soll ich jetzt, was soll das jetzt werden? Ja, da gibt's jetzt eine ganz einfache Erklärung. Gell, Franz? Ich? Äh, 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 äh ... Der Sensor von eurem Gasthank, der hat mit Funk gemeldet, dass er eine Leck hat. Und von euch war ja keiner da. Stimmt. Wir waren nicht da. Wir waren auf dem Rogertreffen in Ansbach, bis das Bier ausgegangen ist. Ich war auch nicht da. Mir ist auch das Bier ausgegangen. Ja, genau. Und deswegen hab ich einen Flötzinger rausgelenkt, dass euch das Haus nicht in die Luft läuft. Ja, das war eine ganz schön verzwickte Reparatur, Franz. Echt? Ja. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich die jetzt vergessen hab, aber es war halt so viel los, gell. Das macht doch nix, Franz. Für dich. Ja, ich vergesst kurz. Ja, ich vergesst kurz.